Hallo zusammen, willkommen zu meiner Betrachtung der Covid-19-Pandemie, Zahlen der weltweiten Veränderung der Schlüsselzahlen pro Woche und 100.000 Einwohner für Länder mit mehr als 2 Millionen Einwohner oder Länder, die sehr betroffen sind. Die Daten sind vom 7. Dezember und ich habe mit Farbformatierung statt mit Zahlen. Wie immer kommen die aktuellen Daten von der Seite der worldomitas.info, Schriftstück Coronavirus. So schauen die Bildschirme aus. Links stehen die Zahlen und die rote Farbe signalisiert, dass sie hoch sind. Gelbe Farben oder grüne Farben signalisieren bessere oder gute Werte. Worüber sprechen wir? Über die 7-Tage-Inzidenz für Neuinfizierte, die 7-Tage-Inzidenz für Verstorbene, die Veränderung der Zahlen innerhalb der letzten Zeit. Woche für Aktivkranke, die Veränderung bei den schweren Fällen, die durchgeführten Corona-Teste in der letzten Woche pro 100.000 Personen und dann die positiven Fälle pro Test in den letzten 7 Tagen. Fangen wir an. Das ist die Liste der Länder für Neuinfizierte in den letzten 7 Tagen pro 100.000 Einwohner. Wir sehen hier die Liste mit den Ländern und der Kontinent. In der Spalte daneben vom 7.12. die 7-Tage-Inzidenz. Dann haben wir nach rechts neben dem 7.12. die Zahlen vom November, vom Oktober bis hin zum November letzten Jahres. Man kann seitenweise werden wir das abarbeiten, die Spitzengruppe zuerst, dann mittels Mittelfeld und dann unten die guten Länder. Was kann man noch sagen? Deutschland liegt im weltweiten Vergleich im oberen Viertel. Also fangen wir an und schauen die Daten im Detail an, sodass man auch was lesen kann. So, hier zur Übersicht. Die Neuinfizierten in den letzten 7 Tagen pro 100.000 Einwohner, also die 7-Tage-Inzidenz. Ja, die Länder nochmal in der Spalte B und der Kontinent in Spalte C aufgeführt. Dann in der Spalte D die Daten vom 7.12. von gestern, also die 7-Tage-Inzidenz. Und diese Länder sind sortiert in absteigender Reihenfolge für die 7-Tage-Inzidenz. So, dann sieht man hier nach rechts die Zeitspanne November, Oktober, September im Laufe des Jahres bis zum Ende des letzten Jahres am 29.12. Und noch 3 einzelne Werte vom Dezember, Oktober und November 2020. Ja, die Liste wird angeführt aktuell von der Slowakei, Tschechien und Belgien. Die ja 7-Tage-Inzidenz von über 1.000 haben. Das haben sie schon, ja, seit Anfang November teilweise. Und im Juli, August, das ist wie in Deutschland, da hatten sie noch gute Werte. Und man sieht, dass im Frühjahr die Werte schlechter waren, aber die Inzidenz in der Slowakei am Ende letzten Jahres bei 284 war. Bei Tschechien wäre 436, die sind also sehr viel höher. Wen sehen wir da auch? Unten noch ist eine Gruppe in der 500er Inzidenz, die für mich interessant ausschaut. Da ist Slowenien, Dänemark und Österreich mit Inzidenzen um die 560. Auch das ist nichts Neues. Die waren schon länger so. Dann haben wir das Vereinigte Königreich England mit der Inzidenz von 476,9. Auf diesen Wert oder ähnlichen Werten sind sie schon länger. Seit sie diese Zahlen akzeptieren. Dann Norwegen, die Zahlen sind angestiegen. Norwegen war eigentlich immer gut. Und Deutschland ist jetzt auch bei 467 angelangt am Dienstag. Was ein hoher Wert ist. Und man sieht, wo wir den Verlauf wir hatten. Dann ist Frankreich knapp unter uns. Mit der Inzidenz von 458, die sind etwas später hochgelaufen. Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt hier, dass mein Bild eher mehr stört, als dass es nützt. Also nehme ich es auf der nächsten Seite raus. So, mein Bild ist weg. Der Ton ist hoffentlich noch da. Schauen wir auf die Seite 2, der 7-Tage-Inzidenz-Zahlen. Die Liste beginnt mit Polen, Luxemburg, die eine Inzidenz von über 400 haben. Und man kann hier sehen, Polen ist erst in den letzten paar Wochen so angestiegen. Vorher waren sie lange Zeit besser. Auch bei Griechenland sind die Zahlen ähnlich, wenn auch noch nicht ganz so hoch. Dann haben wir die USA. Die USA verschlechtern sich auch. Das wird immer dunkler. Auch Portugal wird immer dunkler. Der Impfkönig. Und viele Angesteckte. Da sieht man deutlich, Impfen ist nicht die Lösung. Auch wenn es von den Politikern angepriesen wird. Impfen ist wie Händewaschen. Es hilft, aber es ist keine Lösung. Der Libanon ist hier noch markiert. Mit der Inzidenz von 162 steigt er auch langsam. Dann haben wir Finnland und Russland. Russland hält sich so seit ungefähr 2 Wochen. Dann haben sie die gleichen Inzidenzzahlen, die etwas zurückgegangen sind. Das kommt wohl von ihrem Lockdown. Ich bin neugierig, wie sich das weiterentwickelt. Dann sehen wir noch Serbien. Serbien waren mal schlecht. Die Zahlen haben sich jetzt verbessert. Es geht runter. Auf der Seite 3 beginnen die Inzidenzzahlen mit 124 für Weißrussland. Man sieht, Südafrika hat sich die Inzidenzzahl auf 123 erhöht. Wo sie die Omikron-Variante zuerst festgestellt haben. Wo sie eigentlich herkommt. Das Omikron-Zeug, das weiß niemand. Dann sieht man hier Länder wie Spanien mit der Inzidenzzahl von 104. Wird nahm mit der Inzidenzzahl von 100. Die sind auch angestiegen. Im Vergleich zu den Vorwochen. Unten haben wir Inzidenzen unter 90. Da beginnt die Mongolei. Da sind Bolivien, Kanada. Israel mit der Inzidenzzahl von 39. Das ist nicht mehr so grün wie in der Vorwoche. Aber ich denke, da haben vielleicht auch Zahlen gefehlt. Australien mit der Inzidenzzahl von 38 ist immer noch gut. Aber ich denke, das ist teuer bezahlt. Argentinien hat den grünen Bereich auch verlassen. Und hat jetzt eine gelbe Zahl. Aber zu 37,19, da kann man nichts sagen. Das sind gute Werte. Das ist die Seite 4 für die Inzidenzzahl für Neuinfizierte. In den letzten 7 Tagen pro 100.000 Einwohner. Da sehen wir absteigende Werte von Peru mit 30,6. Über Namibia mit 23, Nepal mit 5,76. Indien mit 4,33 bis runter nach Japan und Indonesien mit 0,6. Im Einzelländer oben sind Peru, Kolumbien und Brasilien. Interessant anzusehen. Diese südamerikanischen Länder, die haben sich nach sehr guten Werten im November und Oktober jetzt etwas verschlechtert, aber sind immer noch gut und in einem guten Bereich zu sehen. Man sieht deutlich, zum Beispiel bei Kolumbien im Juli und Juni und im Mai, da hatten sie hohe Werte. Brasilien eigentlich genauso. Dann auf der besseren Seite Nepal, Myanmar und Indien. In Indien mit einer Inzidenzzahl von 4,33. Im Laufe des ganzen Jahres hatten sie immer höhere Werte, aber die sind farblich im dunkelgelben oder leicht orangen Bereich. Das war inzidenzmäßig bezogen auf 100.000 Einwohner nie so schlimm, als wie in Brasilien oder Kolumbien. Hier die Übersicht für Verstorbene in den letzten sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, bezogen über alle Länder, von denen ich spreche. Die Seite 1. Man sieht hier Deutschland im oberen Drittel. und man sieht hier im unteren Bereich Länder, die eigentlich jetzt gute Werte wieder haben, nachdem sie durchaus mal im orangen oder roten Bereich waren. Aber das trifft auch für andere Länder zu. Nur, wenn man weiter oben schaut, da waren die guten Werte im Sommer und jetzt ist es wieder schlechter geworden. Schauen wir uns das mal im Einzelnen an. Die Seite 1. Der Inzidenzzahl für Verstorbene in den letzten sieben Tagen. Das heißt also, wie viele Leute sind in den letzten sieben Tagen verstorben pro 100.000 Einwohner. Ungarn, Kroatien mit Werten über 10 stehen hier ganz oben auf der Liste, gefolgt von Bulgarien und der Slowakei. Im Sommer waren diese Werte alle besser, aber auch Anfang letzten Jahres oder im April waren hier durchaus mal schlechte rote Werte zu sehen. Dann haben wir einen Block um die sieben mit der Ukraine, Polen und Herzogowina. Polen war im Sommer bis jetzt bei sieben. Das ist im Laufe der Woche nicht mehr schlechter geworden. Im Sommer hatten sie durchaus annehmbare Werte. Russland ist ein interessanter Fall. Russland ist immer orange, wie es ausschaut. Und manchmal war es auch leicht. Das orange ist etwas heller. Sprich, sie hatten bessere Werte, so wie Ende des Jahres mit 2,7. Die haben sich langsam dahin gearbeitet mit ihrer Inzidenzzahl für die Verstorbenen pro Woche. So, dann haben wir da unten Österreich. Österreich ist auch schlechter geworden. Die Sterbewerte, die Inzidenzzahlen, sind auf 4,6 gestiegen. Schauen wir auf die Seite 2. Da finden wir im oberen Block Moldawien, Serbien, Belgien und Deutschland mit einer Inzidenzzahl von 2,7. Die Sterbewerte waren letztes Jahr im Dezember mit 4,6 wesentlich höher. Da hatten wir auch höhere Sterbezahlen. Und man sieht, dass wir im Sommer gute Werte hatten. Aber es war ein schweres Abklingen, von diesen 4,6 runterzukommen bis Juni, Juli. Den Anstieg haben wir schneller gemeistert. Die USA haben ähnliche Werte wie wir, auch 2,7 oder Liechtenstein oder die Niederlande. Wobei Liechtenstein lange Zeit gut war und die Niederlande waren auch gut, konnten sich leisten, auf den Lockdown zu verzichten und auf Einschränkungen. Aber es geht halt nicht. So, dann haben wir unten einen Block mit Vietnam, Dänemark und England. Die haben Inzidenzwerte für Verstorbene von 1,4 und 1,2. Auch Portugal gehört mit 1,2. Da sind die Sterbewerte wieder angestiegen. Hier die Seite 3 beginnt mit Italien mit einem Sterbewerte von 0,9. Das gilt auch für Singapur. Übersetzerweise bin ich eigentlich erstaunt. Das ist mir so noch nicht aufgefallen. Dann Malaysia, Norwegen, Peru haben 0,8. Das war schon mal etwas besser hier bei Peru in diesem südamerikanischen Land. Ich bin neugierig, wie sich das entwickelt. Dann haben wir Frankreich und Libyen. Die haben Werte von 0,8. Das ist zwar noch leicht, leicht orange, aber schauen wir mal. Ich hoffe nur, dass es gut bleibt. Ganz unten haben wir Thailand und Spanien, die Inzidenzzahlen für Verstorbene von 0,3 haben. Eigentlich gute Werte. Schauen wir mal auf die Seite 4, wo die besseren Länder stehen. Die Liste beginnt mit Argentinien, Südafrika, Schweden, Irak, Australien, Uruguay. Südafrika, das Land mit der neuen Variante, wo sie festgestellt wurde. Der Wert ist nicht schlechter wie in der Vorwoche. Aber man muss sehen, wie sich das verbreitet. Dann haben wir Israel mit der Inzidenzzahl für Verstorbene von 0,2. Das hat sich gut entwickelt. Das bleibt auch gut. Indonesien hat auch gute Werte, nachdem sie im Sommer mal in den Schlagzeilen waren, mit schlechten Werten. Japan steht auch da unten. Gut, dann schauen wir auf die Veränderung der Anzahl der schwerer kranken Personen. Das Bild ist durchaus gemischt. Man kann hier schlecht Unterschiede machen von den Zahlen her. Vielleicht lässt sich die Farbgebung noch etwas verbessern, aber auch die Werte taugen nicht viel. Man sieht hier, dass Deutschland auch hier im oberen Drittel ist mit der Inzidenzzahl für die Veränderung der schwerer kranken in den letzten sieben Tagen. Veränderung der Anzahl der schwerer kranken in den letzten sieben tagen als quasi auch wieder als sieben tage inzidenz. Liechtenstein und Slowenien führen die Liste hier an. Die haben am meisten Zuwachs an schwerer kranken. Bei Liechtenstein war das schon den ganzen November wohl so. Slowenien war viel besser und hat sich jetzt schlagartig verschlechtert, könnte man bei einer sagen. Belgien ist auf 1,2 gestiegen. Die Slowakei hätte ich hier wohl mit markieren können, die mit 1,4 etwas über Belgien liegen. Dann haben wir hier die Schweiz, Griechenland, Ungarn, Österreich, einen Anstieg der schwerer kranken zu sehen. Obwohl in Österreich, dass ich nicht lüge, da waren sie vor drei Wochen schon mal schlechter. Da ist es jetzt besser geworden, da hat der Lockdown wohl geholfen. Aber gut, gut sind sie immer noch nicht. Dann haben wir USA, Nepal und Norwegen mit Inzidenzzahlen für schwerer kranken um die 0,4 als Anstieg. Spanien mit 0,3 steht einer da unten. Und Niederlande mit 0,3 ist auch hier zu sehen. Dann schauen wir auf die Seite 2. Die Seite 2 wird angeführt von Deutschland und Portugal. Argentinien mit 0,1 ist etwas darunter. Bei Deutschland kann man sehen, dass der Anstieg für schwerer kranken, also Leute, die auf Intensivstationen Ende November höher waren oder im November eigentlich höher waren als wir jetzt. Und der Anstieg, den wir jetzt haben, geringer ist. Und dann haben wir eine ganze Reihe von Ländern, die nie Zahlen hatten. Da wird wohl nichts berichtet in Bezug auf Anzahl der schwerer kranken. Die Seite 3 ist ebenfalls geprägt von 0. Wochenweise gibt es hier wochenweise Zahlen, aber die tauben nichts. Da kann man ja nichts sehen. Die Seite 4 ist wieder etwas interessanter. Weil hier gibt es eine Reihe von Zahlen, die im negativen Bereich sind. Das heißt, die Anzahl der schwerer kranken hat sich reduziert. Zum Beispiel Israel minus 0,1. Irland minus 0,1. Da gehen die Zahlen für schwerer kranken zurück. Das ist ein gutes Zeichen. Und am meisten gehen sie zurück in Bulgarien mit 1,4. Sie haben also wohl die Spitze ihrer Welle, ihrer Corona Welle überwunden. Dann schauen wir mal auf die Veränderung der Anzahl der aktiv Erkrankten in den letzten 7 Tagen pro 100.000 Einwohner. Das Bild schaut so aus. Da gibt es oben welche, die sind im roten Bereich. Da hat es viele schwer, viele aktiv Erkrankte, die neu erkrankt sind. Und ganz unten im blauen Bereich sind welche, wo sich die Zahl der aktiv Erkrankten reduziert hat. Ja, generell ein Trend lässt sich hier nicht so leicht feststellen. Deutschland liegt mit Sicherheit im oberen Drittel hier. Und jetzt schauen wir uns das mal im Detail an. Also, Veränderung der Anzahl der aktiv Erkrankten in den letzten 7 Tagen pro 100.000 Einwohner. Wie viele Leute sind mehr aktiv krank als vorher? Belgien, die Schweiz, die haben mehr als 530. Als Inzidenzzahl für aktiv Erkrankte ein Anstieg. Norwegen 470 sind hohe Werte. Aber wenn man hier die farbliche Abstufung sieht, dann sieht man, dass sie langsam in diesen Bereich gerutscht sind. Im Oktober gab es wohl einen Monat, wo es schlecht war. Dafür war der Vormonat sehr gut. Und im Ausgleich würde dieser Monat wohl auch einen Braunton oder einen Orangeton bekommen. Ich habe hier übrigens vergessen, die Zahlen auszublenden. Und die Zahlen sind hier zu groß. Das ist mein Fehler. Das tut mir leid. Dann sieht man hier den nächsten Block mit Inzidenzzahlen für Verringerung der aktiv Erkrankten von 246 auf den Verehrinseln über Irland, Tschechien, der Slowakei bis runter zu Deutschland mit 147. Der Anstieg der aktiv Erkrankten hier in unserem Verehrinseln ist also nicht mehr so hoch. Da hatten wir schon zwei schlechtere Wochen. Schweden, Spanien und Portugal, auch die haben ansteigende Werte, Inzidenzen für aktiv Erkrankte. Und es ist alles schlechter geworden wie in den letzten Wochen. Dann kommen wir zur Seite 2 für die Veränderung bei den aktiv Erkrankten. Die Liste wird angeführt von Italien mit einem Wert von 77. 77 Personen pro 100.000 Einwohner in einer Woche sind also an aktiv Erkrankten dazugekommen. In den USA waren es 60 und in Ungarn 48. In Italien sieht man, dass die letzten sechs Wochen wohl wieder ein leichter Anstieg farblich stattgefunden hat. Die Mongolei ist auf einem anderen Weg. Da ist der Anstieg bei den aktiv Erkrankten wohl rückläufig. Erkrankten nicht mehr so viele wie in den Vorwochen. Die Farben sind hier nicht mehr so dunkel. Polen hat sich wohl auch, hat die Spitze wohl vor drei Wochen gehabt und hat sich hier leicht verbessert. Der Anstieg beträgt nur noch 43 Infizierte pro 100.000 Einwohner in einer Woche. Dann haben wir Kanada, Bolivien und Argentinien mit acht Personen pro 100.000 Einwohner in einer Woche. Das heißt, da sind die Zahlen für aktive Erkrankten rückläufig. Da ebbt die Welle ab von Corona-Erkrankungen. Da gehören alle südamerikanischen Länder dazu, wie Paraguay, Brasilien. Jetzt schauen wir auf die Seite 4. Die Veränderung bei den Aktiverkrankten. Hier sehen wir Zahlen von minus 19 bis minus 293. Also ganz unten ist die Anzahl der Aktiverkrankten um 293 pro 100.000 Einwohner in einer Woche zurückgegangen. Dänemark ist auch noch gut zu sehen. Die haben auch einen Rückgang bei den Aktiverkrankten in dieser Woche gemeldet. Nachdem sie in der Vorwoche noch rot waren, bin ich mir noch nicht so sicher, was das bedeuten soll. Das ist kein Trend. Das sind ausgleichende Zahlen zur Vorwoche. Aber man kann auch nicht vorausmelden. Man kann nachhinken. Komisch. So, dann schauen wir auf die Gesamtzahl der neuen Teste. Welches Land macht. Wie viele Teste in einer Woche pro 100.000 Einwohner. Wenn wir das Bild schon anschauen, dann oben gibt es eine Gruppe, die testen sehr viel. Die sind hier im roten Bereich. Dann gibt es eine Gruppe, die im orangen Bereich und im grünen Bereich sind auch welche. Deutschland liegt hier so im Mittelfeld mit seiner Testzahl. Wir schauen mal kurz das im Detail. Wir beginnen mit der Spitzengruppe, die Gesamtzahl der Covid-19-Teste in den letzten sieben Tagen pro 100.000 Einwohner. Beginnt mit Israel 45.165. Das habe ich nicht geglaubt. Wenn man sich die Vorwoche anschaut, da war das Feld grün, da waren es wohl viel weniger Zahlen und ich denke, da hat man hier Zahlen nachgeholt. Da gab es irgendeinen Verzug. Aber trotzdem, man kann jetzt nicht sagen, es ist eine Spekulation, dass sie so viel testen, glaube ich nicht, weil die Werte eigentlich nicht so schlecht waren. Aber Dänemark testet viel und ist konstant. Österreich konstant über das Jahr hohe Testzahlen. Und auch Griechenland testet jetzt wieder mehr. Dann sehen wir unten im Mittelfeld am Block, beginnend mit Frankreich, Tschechien, Belgien, Portugal, Italien, wo, ich würde mal sagen, gleichmäßig bis etwas mehr getestet ist, als wir im Verlauf des Jahres. Aber doch mehr als Ende letzten Jahres. Und zwar deutlich mehr. Portugal hatte Ende letzten Jahres 3.225 Teste pro 100.000 Einwohner in einer Woche und jetzt machen sie 6.821 Teste. So, schauen wir auf die Seite 2 für Testzahlen. Da finden wir Australien mit 4.368 Teste, in die USA, Bulgarien, Norwegen 2.665 Teste und Deutschland 2.336 Teste pro 100.000 Einwohner in einer Woche. Recht für mehr können wir angeblich nicht. Aber wir haben einfach auch... So, dann kommen wir zur Seite 3. Da sehen wir, dass die Testanzahlen weniger werden. Bei Uruguay waren die Testzahlen schon mal höher im Laufe des Jahres. Man sieht, dass ich müde wäre. Da oben habe ich die Monate nicht mehr ausgedruckt. Das tut mir leid. Entschuldigung dafür. Aber wir kennen die Kopfzeile ja. Ukraine, Südafrika, Indien. Ich habe eigentlich konstante Testzahlen über das Jahr berichtet. Dann haben wir die Seite 4 noch. Da sehen wir auch konstante Testzahlen für Libyen, Japan, Mexiko. Das läuft immer gleich bei diesen Werten. Und unten hier gibt es Länder, die schon mal viel mehr getestet haben, aber wir jetzt gar nichts mehr berichten. Dann schauen wir auf die Prozentzahl der positiven Testergebnisse der letzten Woche. Das Bild, das wir hier sehen, geht von ganz rot bis grün. Grün ist von mir der definierte Bereich, wo ich die Testzahlen für nicht gravierend heute, also die Anzahl, wie viele positive Teste gibt es für jeden durchgeführten Test. Wir sehen, dass hier Deutschland doch im oberen Drittel, fast sogar im oberen Viertel ist, bei den positiven Testzahlen für durchgeführte Teste. Das ist, ja, da waren wir schon mal viel besser. Schauen wir uns das im Detail an. Bolivien, mehr positive Teste, wie getestet wird. Zahlen sind ja auch nicht alle, das wissen wir ja. Daneben gibt es Honduras, Kroatien, Slowakei, wo über 30% positive Teste sind. Dann haben wir da unten einen Block mit Südafrika und Deutschland, die 20 und 21% positive Teste bei den gesamt durchgeführten Testen aufweisen. Norwegen steht drunter mit 17,7%. Das ist auch ein verblüffend hoher Wert. Schauen wir auf die Seite 2. Die Seite 2 beginnt mit Liechtenstein. Litauen ist mit 9,4% hier unter 10% bei den positiven Testen. In Bulgarien und den USA haben ungefähr 7% positive Teste. Dann schauen wir auf die Seite 3. Da sehen wir England mit 4,1% positiven Teste. Wir sehen Chile mit 2,8% positiven Testen oder Italien mit 2,6%. Österreich steht ganz unten mit 1,8% positiven Testen. Dann sind wir auf der Seite 4. Das ist die letzte Seite. Beginnt mit Griechenland 1,5% positive Teste. Dänemark 1,3% positive Teste. Und dann kommen die Länder mit. Israel hat 0,1% positive Teste. Und der Rest hat 0% positive Testergebnisse. Da werden keine Tests berichtet. Dann kann man auch nichts berechnen. Das war es für heute mit der Betrachtung der Corona-Zahlen. Ich mache das eigentlich für mich. Aber es ist doch gut, wenn man diese Information, die ich da erarbeite, mit anderen teilen kann. Und ich freue mich über jeden, der sich Zeit nimmt, das über gewisse Längen anzuschauen. Wenn man sonst was suchen will, würde ich vorschlagen, schau unter nnnza.de-corona. Da habe ich links zusammengefasst. Die helfen dir bei der Beschaffung von Informationen. Bis zur nächsten Woche dann. Tschüss.